So Leute, Fortnite scheint wieder zu funktionieren und als hätte ich es im Urin gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, aber manchmal hat man ja so vorher so Gefühle, wo man denkt, das könnte gleich passieren. Ich wollte den Stream eigentlich schon starten, bevor ich reingehe, aber Barbarossa alias Moritz hat sich es nicht nehmen lassen, wieder ein Geschenk rauszuhauen. Ich glaube, du willst bald nur noch Videos von dir auf meinem Kanal haben. So, ich würde sagen, wir gehen rein. Ich weiß gar nicht, was waren heute drin, was ich noch nicht hatte. Weil heute war eigentlich ziemlich viel im Shop. Wir gucken einfach. Ah, schokoladig. Ehre. Wie gesagt, vielen, 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 vielen herzlichen Dank. Grüße gehen raus. Wie gesagt, lasst alle mal ein Like da. Und ich gucke mal... Ich würde sagen, ich gehe gleich online. Dann muss ich doch wieder fünf Minuten warten, damit ihr die Benaristung kriegt. Also, wenn ihr das Video gerade seht, bin ich wahrscheinlich gerade schon live. Und in dem Sinne würde ich sagen, nochmal vielen, vielen Dank an dich Moritz und haut herein.